Das Sehen nach einer Presbymax-Behandlung am nächsten Tag ist ein riesen Challenge-Unterschied für den Patienten, der vorher immer eine Lesebrille und eine Fernbrille oder eine Fernbrille getragen hat. Auf einmal sehen die Patienten ziemlich gut in der Ferne und auch ziemlich gut in der Nähe, nur ohne jegliche Sehbehilfe. Das macht natürlich von der Lebensqualität einen enormen Unterschied. Es kann aber sein, dass die Sicht nicht perfekt ist, weil hier handelt sich um ein Zusammenspiel zwischen den Augen und dem Kopf und das kann noch mehrere Wochen bzw. mehrere Monate dauern, bis dieser Gleichgewicht gefunden wird. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei iLeser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen unser Team persönlich kennen.